Erzähl davon, der Podcast für gute Kommunikation im Ehrenamt. Der Patient, der hier gleich in Narkose gelegt wird, ist ein Teddy. Wir befinden uns im OP-Saal der Teddy-Klinik Tübingen. Also wir sind einfach ein Arbeitskreis, aus Medizinstudenten vor allem. Und wir versuchen mehr oder weniger den Kindern die Angst vorm Arzt zu nehmen. Und dadurch kommen die Kinder zu uns. Wir untersuchen dann gemeinsam mit den Kindern die Kuscheltiere. Und genau, das soll denen so ein bisschen einfach die Angst nehmen. Du hast ja schon gesagt, das Ziel ist, dass die Kinder keine Angst mehr haben vorm Arzt. Weil sie ja sehen, was mit ihren Kuscheltieren quasi passiert. Genau, ja. Sie sollen so ein bisschen in die Elternrolle schlüpfen. Und genau, eben so auch dieses Weißküttel-Syndrom, das vielleicht auch noch viele Erwachsene haben. Sodass man Angst vor diesen großen Menschen in weißen Gewändern hat, dass das ein bisschen abgebaut wird. Genau. Corinna ist 22, Medizinstudentin und hilft dieses Jahr bei der Organisation der Teddy-Klinik. Also ich habe da im ersten Semester mal mitgemacht. Und es hat mir einfach super gut gefallen. Man hat sonst im Studium nicht so viel Kontakt, gerade auch zu kleinen Patienten. Und ich fand einfach den Umgang mit Kindern schön. Und dann wollte ich einfach noch ein bisschen mehr machen. Und so bin ich dann ins Orga-Team gekommen. Ein weiterer Helfer ist Christian. Kein Mediziner, sondern Medieninformatiker. Ich habe es auf Facebook gesehen. Da haben sie nach Kuscheltieren gesucht. Und da fand ich die Aktion so cool, dass ich die einfach mal angeschrieben habe, ob ich die irgendwie unterstützen kann. Und genau, jetzt mache ich bei denen die Homepage, die Flyer, das Logo ist von mir. Und genau, so die ganzen technischen Print-Sachen. Und ich darf liebenswerterweise auch mithelfen. Und es macht mir auch ganz viel Spaß. Also aktuell bin ich anscheinend der Chef-Chirurg, wie das aussieht. Und genau, der armen Bruno tut jedes Mal eine Ente verschlucken. Und ich muss wieder rausholen mit meinen zaubernden Kolleginnen. Und jetzt hört mal zu. Hört ihr dieses Piepen? Ja? Wisst ihr, was das ist? Das Herz ist es. Genau. Und bei einem Piep tut das Herz von Benni einmal schlagen. Es wird einmal pumpen. Bei der Vorstellung ist es natürlich immer lustig, wenn die halt irgendwie sagen, ja, ich bin im vierten Semester, ich bin im achten Semester Medizin. Und dann komme ich halt und sage, ja, ich gehe Medieninformatik. Aber, ja, genau. Ja, ist ja, die Kinder stört das jetzt nicht, oder? Ob das jetzt eine echte Medizin ist? Um Gottes Willen, nein, nein. Also die haben, sobald man da entweder so einen blauen Kassack anhat, so wie ich jetzt, oder so einen weißen Kittel, ist man für die schon der Arztgott in Person sozusagen. Ja, und das ist halt immer ganz toll. Also für mich ist es auch schon, also ich finde dieses Verkleiden absolut klasse. Und ich könnte da, also ich feiere das total auf jeden Fall, ja. Oh, Bär, Arzt Christian und seine Assistentin stehen tatsächlich mit blauer OP-Kleidung und Mundschutz im OP-Bereich, einem Raum im ersten Stock des Tübinger Rathauses. Und ihr nehmt ja quasi die Kuscheltiere und untersucht die und behandelt die dann auch, als ob es jetzt eine richtige Verletzung hätte. Also zum Beispiel wird es dann irgendwie geröntgt und kriegt dann den Verband oder sowas, richtig? Genau, so läuft es ab. Also wir fragen immer die Kinder, ja, was hat denn dein Kuscheltier? Und ganz oft kommt dann schon irgendwas, ja, Bauchschmerzen, ja, ganz oft ein gebrochenes Bein oder so. Und dann machen wir dementsprechend Blutabnahme oder Röntgen. Wir haben sogar ein MRT, sind ja voll ausgestattet. Und dann machen wir auch immer die ganz normale Standarduntersuchung, also in die Ohren schauen, in die Augen schauen, das Herz abhören. Und wir versuchen auch immer die Kinder mit einzubeziehen, also dass sie zum Beispiel auch mal durchs Stethoskop hören dürfen oder so. Richtig schön, kräftig, super, genau. Ganz, ganz toll. Genau, super. Und nochmal, auch wirklich richtig kräftig drücken. Genau, das reicht, super. Und was wir uns jetzt gefragt haben, ist, das ist ja, wenn ihr jetzt mit Kindern arbeitet, vielleicht ein bisschen schwieriger, denen zu erklären, was man jetzt genau macht. Also was genau man jetzt für ein Instrument nimmt und damit arbeitet oder warum man das macht. Wie geht ihr denn da vor, wenn ihr mit den Kindern kommuniziert? Also wir versuchen das natürlich immer ein bisschen runterzubrechen, eher so einfach darzustellen, aber halt auch nicht so total in so eine Kindersprache zu verfallen. Und die meisten verstehen das eigentlich ganz gut. Das klappt auch. Und das klappt selbst, wenn die Kinder vielleicht nicht die gleiche Muttersprache haben, doch erstaunlich gut, weil man einfach auch interagiert mit Gestik und Mimik. Und wenn man die so ein bisschen mit einbezieht, dann klappt das eigentlich doch erstaunlich gut. So, da könnt ihr mir aber alle wirklich helfen. Alle können mal hier mit anpacken, da oben an den Stiel. Du auch, guck mal alle dran. Noch nicht ziehen. Wir zählen bis drei und dann fangen wir an. Okay, eins, zwei, drei. So, gemacht ihr das. Okay. In deinem eigentlichen Studienfach und Beruf hast du ja mit Computern zu tun und vielleicht auch ein bisschen mit Menschen, aber ja eigentlich nichts mit Kindern. Wie ist denn das für dich jetzt mit den Kindern umzugehen und mit denen zu sprechen, denen da kindgerecht irgendwie die OP-Abläufe zu erklären? Naja, das war jetzt halt schon eine Herausforderung. Also was heißt Herausforderung? Das war komplett neu für mich, weil zum Beispiel, also es gibt ja andere Menschen, wo halt irgendwie in der Verwandtschaft drei kleinen Kinder haben oder so irgendwie. Und das halte ich jetzt halt gar nicht. Also ich habe null Erfahrung mit kleinen Kindern tatsächlich. Und ich mache das jetzt schon drei Jahre fast, zwei Jahre. und man kommt da einfach rein, dass man mit einfachen Wörtern das praktisch erklärt einfach und ganz, ganz viel geht tatsächlich mit, weil die sind halt zwischen zwei bis fünf Jahre alt, also wirklich im Kindergarten, die können nicht lesen und ganz viel ist einfach so, wenigstens, pack mal hier an, so in der Art und da machen die auch total mit. Also die Kinder mit einzubeziehen quasi? Genau, das Einbeziehen ist ganz wichtig, weil die sind halt dann wirklich Feuer und Flamme. Also es gibt ja ganz viele, wo halt relativ schüchtern sind und wenn die halt zum Beispiel auch bei der Untersuchung von Teddy Dogs da ein Stethoskop in die Hand kriegen, machen die auf einmal mit und genau, wir hatten jetzt auch zum Beispiel ein Kind, wo ich da hatte, die haben, das hat wirklich krasse Angst vom Arzt einfach, also der, wenn der schon im Krankenhaus sieht, will der einfach nicht rein. Und der hat jetzt am Schluss sogar mitgeholfen bei der Operation, war sogar heute schon wieder da zum zweiten Mal und das ist halt, das sind halt auch so tolle kleine Erfolge halt einfach, ne? Genau, oh, was ist denn das da? Was ist denn das? Die Flitsche-Ente, genau. Er hat eine Ente, das war's gut beim Baden, hm? Und, gehört das hier rein? Nee, oder? Du hattest vorhin schon gesagt, ihr habt so ein Teddy-Doc-Training, richtig? Genau. Für die Neuen quasi. Ja. Ist das da auch ein Bestandteil, wie man mit den Kindern dann umgeht oder geht es da eher um die Technik, welche Instrumente man verwendet? Sowohl als auch. Also, wir spielen immer sozusagen mal eine Standarduntersuchung vor, da ist auch schon dann so ein bisschen so ein paar Floskeln vielleicht dabei und dann gibt es auch immer einen Teil, wo sie praktisch gegenseitig das einmal so ein bisschen durchspielen, ein bisschen üben können, das ist auch, glaube ich, ganz gut. Und ja, dann haben wir noch so ein paar, was mache ich, wenn notfallmäßige Sachen, wenn mal irgendwas, eine komische Situation auch drin sollte oder so, genau. Und jetzt haben wir natürlich dann so eine große Wunde und dass die auch schön heilen kann, machen wir da jetzt noch einen schönen Verband. Okay? Und vielleicht ist es sogar, also das könnte ich mir sogar auch vorstellen, man weiß das ja nie, man hat ja oftmals im Leben so einen kleinen Triggerpunkt und vielleicht gefällt das denen auch jetzt sowieso toll, dass es wirklich dann die zukünftige Ärzte wäre, warum nicht? Also das ist, vielleicht war das sogar schon eine Auslösung und das ist natürlich auch ganz witzig so, naja, die Vorstellung zumindest, was sowas sein könnte. Das wäre schon ganz cool. Auf jeden Fall, ja. Ich bin verschieden, dass ihr dann schon, also merkt, dass euer Ziel irgendwie erreicht wird, dass die Kinder die Angst verlieren und so. Genau, also wir haben auch ganz viele, wo wirklich jedes Jahr dabei sind. Also zum Kindergarten kriegen wir das halt auch zum einen mit, wenn wir in der Gruppe kommen und wir hatten auch einen, die war an allen drei Tagen da in der Teddyklinik, also denen gefällt es dann so gut. Ich weiß nicht, was da richtig cool ist, wir haben halt wirklich, das ist halt wirklich alles echtes Equipment. Das ist nicht irgendwie aus Pappe, irgendwie nicht Tethoskope oder irgendwas, sondern das ist alles richtig. Das ist halt echt cool, weil diese kleinen Utensilien, das sind halt die Sachen, was wir beim Arzt eigentlich so nicht anpacken dürfen oft und da können die halt alles machen, was sie wollen halt damit und also mit unserer Anleitung natürlich und das ist halt echt ganz cool eigentlich, ja. Feste, 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 feste und jetzt erzählen wir nochmal von zehn runter und schauen, ob der Bruno wach wird, okay? Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, Bruno. Ja, der Teddy hat die OP gut überstanden. In der Pause vom nächsten Eingriff sprechen wir mit Christian über die Kommunikation der Teddyklinik. Zum Beispiel bei der Logogestaltung im Flyer-Design, was ist dabei wichtig für die Teddyklinik? Also, sagen wir es mal so, also zum einen muss es halt kindgerecht sein oder halt eine ganz fröhliche, eine ganz einfache und nette und sympathische Ausstrahlung im Endeffekt haben und genau, wir machen das, wir haben halt immer Organisationsmeetings, wo wir alles besprechen, wie was aussieht und so weiter und die sind eigentlich halt auch begeistert, so die Mädels und ja, wie gesagt, also ich mache das eigentlich alles zum Spaß und wir sind auch ein super Team. Aber was, also du hast schon gesagt, kindgerecht und so, was für Informationen packt ihr denn so auf eure Flyer und auf eure Website? Also zum einen halt, also wir haben halt praktisch zwei Kategorien, das eine ist die Informationen für Kindergärten, also normalerweise ist es so, dass wir in die Kindergärten gehen und da dann praktisch die Kuscheltiere verarzten. Das machen wir jetzt im Winter und im Sommer, wahrscheinlich wird es jetzt regelmäßig sein, werden wir jetzt jeden Sommer wahrscheinlich im Rathaus sein. Also jetzt aktuell ist es die zweite Aktion, wo wir hier im Rathaus sind und das andere ist die Anwerbung von den Studenten praktisch, dass die ja mitmachen als Teddydogs bei uns oder halt im Organisationsteam und genau, ja, die zwei Informationen stehen eigentlich da immer drauf, genau und auf den Plakaten halt einfach nur, wann die Termine sind und wie die halt kommen können. Nur da wir jetzt halt so einen krassen Andrang haben dieses Jahr, also diesen Sommer, gab es anscheinend richtig viel Mundpropaganda, also würde ich es mal schätzen und das läuft halt richtig, richtig gut. Also wir haben halt in der Techniklinik unten ungefähr um die 600 Kinder auf vier Tage, also richtig, richtig gut und ganz viele Helfer. Also wir haben bis zu, ich glaube so um die 120 Teddydogs plus 30 Organisationsmitglieder und genau, das Projekt wächst und wächst eigentlich, ja, also richtig toll eigentlich, ja. Was macht denn das Konzept erfolgreich? Ja, gute Frage. Ich glaube, dass wir alle, also davon profitieren beide Seiten irgendwie, die Kinder, weil sie, wenn es am besten läuft, die Angst vor dem Arzt verlieren oder auch einfach einen schönen Tag haben, Spaß haben dabei, Kuscheltier zu verarzten und wir lernen daraus einfach mal mit kleinen Patienten umzugehen. Dann nimmt man schon auch viel mit, also wie erreiche ich das Kind, wie schaffe ich es auch, dass es mir wirklich zuhört die ganze Zeit und es ist einfach super süß und ich glaube, wir sind alle mit ziemlich viel Herzblut dabei und ich denke, deshalb funktioniert es auch.